Hey Leute, David von iDesigners hier. So, ich melde mich mal endlich wieder zurück. Mein Umzug ist hinter mir gebracht worden und deswegen kann ich wieder weiter Videos machen und daher ein kurzes Tutorial. Ich würde es wirklich knackig machen und zwar für alle Minecrafter unter euch, wie ihr denn Minecraft Dinger ganz normal im Cinema erstellen könnt. Sowohl Raging und Landschaften und Figuren und so weiter und so fort. Deshalb geht ihr in den Link in der Videobeschreibung, der führt euch zum Minecraft Forum. Dort habt ihr die verschiedenen Mods zur Auswahl. Hier beispielsweise hier eine gepostet hat und gehen wir auf Free Steve. Ich zeig schon mal kurz. Gehen wir hier auf Free Steve Fitch. Dann scrollen wir ein bisschen runter. Dann ist hier Downloading Installation. Gehen wir rauf und dann führen wir uns weiter zur Mediafire. Downloadet ihr euch und dann geht es gleich weiter. Dann will ich euch noch was anderes zeigen. Das war das, was wir jetzt gedownloadet haben, ist der Minecraft Skin an sich selber. Und jetzt wollen wir noch das Cinema Model Pack für Minecraft downloaden. Deshalb haben wir das hier schon im Post drin. Deswegen gehen wir Download Installation auf Mediafire. Und er downloadet sich jetzt wieder. Könnt ihr downloaden und dann habt ihr es. So, dann machen wir das mal zu. Denn jetzt habt ihr eine Rare Datei. Eine Rare Datei. Die ihn packt ihr. Mit Rechtsklick dann extrahieren. Und dann ganz schnell müsst ihr in den Ordner reingehen. Um aber jetzt irgendeinen Shortcut zu haben, geht ihr einfach, also zumindest ich, auf Star, auf Start. Denn ich habe ja das Icon nicht. Gehe ein Cinema. Hab die Verknüpfung hier rechtsklick. Und Dateifahrt öffnen. Dann seid ihr hier schon schwupps in Dateifahrt drin. Geht auf Library und geht auf und geht dann auf Browser. Und hier habt ihr die ganzen Lib4D Dateien. Denn wenn ihr das erpackt habt und das mal öffnen hier, seht ihr hier, ist es eine Datei, die ihr nicht lesen könnt, weil es eine Lib4 Datei ist. Dann packt ihr die einfach und zieht die mal in den Ordner rein, also bei Library, Browser. Und dann einfach Cinema neu starten. Ich halte es jetzt hier in Offen. Und dann gehen wir hier auf den Content Browser. Und das ist das, was wir gerade gemacht haben. Dieser greift halt jetzt auf die ganzen Lib4 Dateien zu. Könnt ihr euch alle möglichen Sachen downloaden, auch generell Materials. Habe ich ja auch ganz viele Materialien und ich habe auch selbstfällig erstellt. Dann könnt ihr einfach schneller zugreifen drauf. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dann suchen wir uns hier unser Minecraft Model Pack. Gut, das kommt gleich erst dran. Nehmen wir erstmal Steve Rick. Den Stevie. Dann können wir uns aussuchen. Der Main. Das heißt, der hat auch ein Gesicht. Und dann No Facial hat dann kein Gesicht. Nehmen wir mal das Gesicht hier. Doppelklick drauf. Dann haben wir den Typ 4. Dann haben wir den Typ 4. Legs and Boots. Legs and Boots. Die Dateien findet ihr auch, wenn ihr Content Browser seid. Dann unter Steve Rick habt ihr Armor. Und da greift ihr dann drauf zu. Wenn ihr jetzt andere Armor haben wollt, dann geht ihr hier halt auf Suchen und sucht euch dann eure Datei raus, wo ihr das gespeichert habt. Dann habt ihr euren ganzen normalen Ding hier. Ganz normalen Armor. Dann habt ihr hier das Skalieren. Das ist klar. Dann könnt ihr hier noch die Farbe einstellen vom Skin. Also welche Farbe ihr haben soll. Weiß und so weiter und so weiter. Dann haben wir, also wir haben hier wirklich alles. Die Pupillengröße könnte er, ich mach mal kurz das Armor weg. Könnte er wirklich Eis einstellen. Und zwar die Pupillengröße. Schauen wir auf die Augen, die verändern sich. Dann haben wir sogar die Eye, die Augenbraue. Könnte er machen wie ihr wollt. Traurig oder so. Dann könnt ihr die Position bestimmen, wo ihr haben wollt. Dann haben wir hier das Augenlid, was ihr da verstellen könnt, wie ihr lustig seid. Dann könnt ihr den Mund auch noch, welche Form und ob ihr lächeln soll. Dann sogar die Zähne könnt ihr machen. Und ihr könnt wirklich, also könnt den Mund auch zu, auf, zu, hoch, breit, wie ihr wollt. Dann ist hier ganz wichtig, habt ihr hier den Custom Skin. Der Skin ist jetzt eingestellt auf diesen Skin, auf diesen Steve Wünsch. Geht ihr hier mal auf diese Pfeile. Und dann könnt ihr euch den Skin aussuchen, wie ihr wollt. Und dann habt ihr einfach den Skin drin. Ist ganz easy und super. Und der andere tolle Feature ist, weil er ja gerutscht ist. Das heißt, er hat ein Skelett, wie ihr sehen könnt. Das heißt, er könnte sich auch bewegen. Dort heißt, wir gehen jetzt auf den Chain, auf die Kette, vor allem Füßen zum Beispiel haben wir hier. Dann können wir die Füße bewegen. Super. Ganz normal, wie ihr, ne, nicht die Pfeile sind, einfach nur die Füße. Linke Fuß. Da das ja, da es Bones sind, macht ihr ja auch nichts kaputt. Und das ist auch ganz natürlich alles. Das gleiche macht ihr dann beim Bones aufmachen. Und dann Chains Arms. Und dann habt ihr hier die Arme, die ihr auch auswählen könnt. Könnt ihr auch drehen, wenn ihr wollt. Ja, ok. Drehen geht nicht, aber könnt das alles, wie ihr machen wollt. Ihr könnt das selbstverständlich auch per Zeitleisten machen. Heißt, habe ich es mal hier auf 0. Diese Position. Dann gehen wir mal auf Position 80. Und haben wir mal diese Position. Keyframe. Und wie ihr sehen könnt, bewegt er sich jetzt. Und das könnt ihr selbstverständlich mit allen Körperteilen machen, wie ihr lustig seid. So, jetzt haben wir das. Schon mal den Typen. Jetzt löschen wir alles raus. Und dasselbe macht ihr jetzt mit eurem anderes, was ihr gedownloadet habt. Also mit dem Model Pack auch in den Lib. 4 Ordner packen. Und Zinn mal aufmachen. Und Library. Und dann haben wir unseren Minecraft Model Pack. Hier ist so ein bisschen selbsterklärend, weil ich habe da alle Materialien, die ihr haben wollt. Das heißt also extra, es gibt es noch ein paar Sonderheiten, Geschenke und sowas. Neutral sind halt die ganzen Rohstoffe. Dann habt ihr hier noch verschiedene Türen, whatever, pp. Und wir nehmen jetzt einfach mal was Neutrales. Jetzt machen wir irgendwas im ganz normalen Boden. Dann Doppelklick haben wir den hier drauf. Dann kopieren wir uns einfach. Ist der GC, ist der GV. Und ziehen uns den hier hin. Ist der G, ist der V. Ziehen den hier hin. Können dann irgendwas machen, wie ihr wollt. Wie halt im Spiel auch. Könnt ihr ja alles bauen, wie ihr lustig seid. Ja, gut. Könnt ihr es bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt selbstverständlich auch andere Materialien nehmen. Könnt ihr einfach auch suchen. Das alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch selber machen. Das heißt, ihr könnt euch selbst zu Minecraft Dinge erstellen. Das ist eigentlich relativ einfach, ehrlich gesagt, dass es ja alles pixelig ist. Aber ihr spart euch somit halt ne Menge Zeit. Und es ist wirklich simpel. Sodass das auch Minecraftler verstehen, die nicht wirklich sich mit sowas auskennen. Und hier mal oben drauf. Jo. So. Und damit könnt ihr euch machen, was ihr wollt. So. Jetzt, oje. Haben wir schon 10 Minuten um. Ich würde mal sagen, wir machen einmal Schluss für heute. Und sehen uns eventuell bei nächsten Story-Rail wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Dann eventuell könnt ihr mich sogar abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpassen würdet. Und ansonsten sage ich haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssel. Bis zum nächsten Mal.